Hi, schickes Auto. Darf ich fragen, was du so an Geld auf dem Konto hast? Also danke und es ist eine ziemlich persönliche Frage ehrlich gesagt. Ja, meinetwegen. Also ich kann dir mein Privatkonto zeigen, wenn du willst. Aktuell 75.000 Euro und ein paar zerquetschte. Darf ich fragen, mit was du dein Geld verdienst? Ich bin Hochpreis-Closer. Das kann jeder lernen. Ja, du telefonierst halt quasi mit Interessenten, die ein hochpreisiges Angebot kaufen möchten, Coaching oder eine Dienstleistung. Und wenn die das halt kaufen, kriegst du halt quasi Provision ausgezahlt. Die sind halt pro Gespräch 400 bis 500 Euro, je nachdem. Und so kann man sich halt relativ gutes Geld verdienen, auch neben seinem Hauptjob. Ja, das ist das, was ich mache.